Musik Nehmt ihr alles auseinander! Keine Ausrede! Nehmt ihr alles auseinander! Scheiße! Super! Das hat er gut gemacht! Haben wir da irgendwie noch Muni? Sehr schön! Ich hab nämlich kaum noch Munition! Okay, okay, okay! Ja klar! Der ist weg! Der ist weg! Hier ist keiner mehr! Hier ist keiner mehr! Sind alle weg! Der ist einfach weggerannt! Keine Ausrede! Nehmt ihr alles auseinander! Da sind noch mehr! Da sind jede Menge Pistolen! Das ist schon mal gut! Da ist noch einer! Wo ist die Ratte? Ich kann die nicht sehen! Da! So, den krall ich mir jetzt! Komm her! Schön! Was hat jetzt die andere? Die andere hat mehr Schuss! Okay! Oh, wie viel sind hier denn noch? So, ich geh hier jetzt noch einmal ums Haus! Und dann... So ist das richtig! Da! Da! Da ist er! Okay! Na! Hat er mich gesehen? Das wird verflucht nochmal lächerlich! Du bist am Ende! Nice! Nice! Da kommt noch einer gleich! Komm her! Komm her! Von der Seite! Erledige ihn von der Seite! So, komm her! Scheint weg zu sein! Schwerer, der Weg ist unter! Keine Ausrede! Also, noch mehr! Das gibt's doch nicht! Hier muss irgendwo ein Nest sein! Da ist auf jeden Fall Adrenalin! Komm her! Ein Cutter! Der nächste! Da auf der Seite ist noch einer! Wir geben nicht auf, bevor wir ihn haben, Bruder! Das ist gut! So, die krall ich mir jetzt von hinten! Ich geb Ihnen einen zwischen die Augen! Der Pischer ist hier drüben! Krass! Krass! So, da ist Adrenalin! Da gehen wir mal eben rein! Oh ja! Adrenalin! Oh ja! Adrenalin! Haben wir da noch? Da haben wir auch noch genug Puste! Okay! Die ist nämlich auch ganz nice! Die Shotgun! Sind hier jetzt noch welche? Oh ja! Der hat scheinbar eine schöne Maschinenpistole gehabt! Da sind noch mehr! Wo ist die Ratte? Das wird doch nochmal lächerlich! Der muss hier irgendwo sein! Ich hab ihm in Visier! Ja, ich weiß nicht! Das wird doch nochmal lächerlich! Da ist er Jetzt kann ich ihn sehen Oh, der kann nicht viel ab Ah, ich muss mir den richtig krallen So Und da ist die Maschinenpistole So Das sieht doch schon mal ganz gut aus hier Aktuelles Ziel Finde Baka Wo ist Baka? Also hier ist irgendwo ein Ah, da ist der Suchbereich, okay Komme ich wohl nur von hier aus ran So, gehen wir rüber da Jetzt habe ich eine schöne Pistole hier Da ist schon wieder Adrenalin Nehmt er das jetzt auch her So, muck die Tür auf Das gibt's doch nicht, dass der immer noch lebt Ich glaub das war's jetzt, oder? Scheiße, gerne Uwo, an ihren Batard Fick dich Boah, krasse Aktion Voll das Genick gebrochen Oh, da hat hier jemand gefangen gehalten Genau Genau Nein, der unten ist nur in der Halle. Beruhig dich. Ich soll mich beruhigen. Wie soll das gehen? Er hat mich fangen gehalten, eingesperrt, Tag und Nacht. Mich verbrügelt und missbraucht. Ich verfluche dich, du Monster. Seht, wenn ich ganz so verratet, bist du schon. Es tut. Es tut. Er kann dir nichts mehr tun. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Wie kann so etwas jemals vorbei sein? Patscham! Verrückte Haitianer. Ja, das ist wohl wahr, verrückte Haitianer. Oh, oh, oh. Der Wichser hat Wacker getötet. So, jetzt geht es hier richtig ab. So, jetzt geht es. Tötet ihn. Tötet, tötet, tötet. Oh, drei Schuss. Das ist aber wenig. Hat der eine Womme dabei gehabt? Oh, oh, oh. Ich wechsel, glaube ich, mal eben. Waffe wegstecken. Da haben wir ein paar mehr Schuss drauf. Okay. Da ist noch eine Womme. Oh, nice. Da ist noch eine Womme. Molotows und Granaten. Werfen, loslassen, drücken. Okay. So, gib mir mal das Teil. Oh, die wollen es aber wissen, ja. Okay, raus, raus. Suche Deckung. Jawohl. Der Wichskel soll brennen. Was, aber wie hält der denn aus? Das gibt es ja gar nicht. Einer ist da noch. Na? Da. Komm, steh auf. Scheiße, der Nigga ist weg. Fangen wir nochmal vorne an. Schönes Ding. So. Lebt er noch? Das ändern wir gleich. Da ist noch eine vernünftige Waffe. Oh, ja. Oh, krass. So, okay. Mal schauen, wo Alice steckt. Da ist noch was. Da ist noch was. Da ist der. Alle, die Räder. Für sie, Mann und auf. Ich schmeck dir das so, Datenboy. Ich schmeck dir das so, Datenboy. So, den haben wir. Schiete, 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 schiete. Wie kriege ich denn diese blöden... Mann, geh nach unten, geh nach unten. So, den haben wir. Das ist Munition. Okay. So. Auf zu den anderen Ratten. Hammer. Oh, jetzt muss ich aufpassen. So, okay. Ah, schiete. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Vergangen. Der Wichser hat sich wohl verpisst. Oh, scheiße. Ich brauche Decken. Den haben wir. Oh, wie viel sind das denn? Das gibt es ja gar nicht. Da hinten ist er. Den hast du dir selber serviert, mein Lieber. So, gib mir mal. Ich gehe an die Spitze. Scheiße. Kümmert euch um diesen Laserfocker. Deckung gehen und Adrenalinspritze benutzen. Oh, oh, oh. Oh, krass, Sumat. Das war das Ende. Ja, meine Lieben, und hier war es auch das Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs freundliche Zuschauen. Beim nächsten Mal geht es spannend weiter. Lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.